Nehme ich jetzt auf. Nehme ich jetzt auf. Ich glaube ich nehme auf. Moin. Kufi hier in Hamburg City. Ne, City noch nicht. Wo sind wir hier eigentlich? Sag mal. In Harburg. Ghetto-Kinder hier. Das Ghetto-Kinder hier neben mir ist der VHK, auch bekannt als Sven aus dem Chat. Ach nee, der Sven, auch bekannt als VHK aus dem Chat. Ja, ähm. Der bin mir jetzt zusammen mit Schnuggi. Also der, äh, wie heißt der? Äh. Anni. Wollen wir jetzt mit der Hamburg zeigen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Impressionen-Unterzug jetzt gleich mit der Zukunft mal sehen. Ja, viel Spaß euch.